Wir haben die Tage eine ganz interessante E-Mail erhalten, und zwar eine E-Mail, die die Frage stellt, ich übersetze es mal etwas größer, was bringen uns, Klammer auf, rein körperlich, Klammer zu, denn eigentlich die einzelnen Yoga-Arten, Yoga-Kursarten, die Formate. Und ich glaube, die Frage kann für den, die ein oder andere durchaus interessant sein, weil viele, die abends auf die Matte gehen, haben ein, ich möchte mal sagen, ein Problem, was sie teilen, denn wir sitzen zu viel, also der normale Bürojob ist einfach mit viel zu viel körperlicher Inaktivität verbunden. Und deshalb würde ich gerne mal ganz kurz auftröseln, was bringen uns Pi mal Daumen die einzelnen Formate, was können wir davon erwarten und was bringt uns das wiederum für unsere Gesundheit. Allen voran haben wir erstmal Vinyasa-Yoga. Also ich glaube, dass Dynamisch-Yoga ist die am meisten praktizierteste Form momentan am Markt. Und man sagt dem Vinyasa ja gerne nach, es sei zu sportlich, es wäre zu viel Bewegung und koppelt eigentlich an die Idee einer klassischen Position, Asana, eher die Statik. Die Statik entspricht der isometrischen Anspannung im Körper, das heißt der Grundspannung, die ein Muskel aufbauen muss. Für Stand, für Sitz und für alle statischen Arten zu sitzen oder zu stehen. Und das ist etwas, was ganz wichtig ist, was logischerweise die verschiedenen Spannungsverhältnisse im Körper angleicht. Insofern ist die Position selbst, auch eine Position länger zu halten, sozusagen für die Spannungsverhältnisse im Körper wichtig. Und eigentlich eine Grundvoraussetzung. Gleichzeitig ist es aber so, wenn du den ganzen Tag sitzt oder wenn wir den ganzen Tag sitzen, mangelt es vor allem an Bewegung. Und Bewegung gibt es immer auf zweierlei Weise. Konzentrisch und exzentrisch. Und das läuft immer miteinander. Das heißt, während ein Muskel Raum gibt, also Raum aufbauen muss, Länge gewähren muss, während er gleichzeitig die Spangen erhöht, ist der andere verkürzend unterwegs. Und wenn wir aus der Bewegung wieder rausgehen, ist der, der erst lang werden musste, konzentrisch verbunden oder konzentrisch am Arbeiten. Das heißt, er muss die Spannung erhöhen und sich wieder kürzer machen, während der andere in die Länge geht. Und so funktioniert jede Bewegung im Alltag. Also jede normale Bewegung in der Natur ist eine Kombi aus Kommen-Exzentrik. Warum ist das wichtig? Weil nur wenn der Muskel lernt, statt sich ausschließlich zu verkürzen, auch während der Spannungserhöhung Raum zu geben, dann gleiten alle Muskel- und Bindegewebeskompartements sozusagen aufeinander schmerzfrei. Ich mache es ganz einfach. Also diese Form Bewegung heißt, raus aus dem Schmerz. Und das ist, ja, die Bewegung rein und raus. Das sind die ganzen, wie man so schön sagt, Vinyasas dazwischen. Deshalb ist gerade für Menschen, die viel sitzen und viel stehen und inaktiv sind, nicht nur die Isometrie, also das Halten der Position, spannend und interessant, sondern vor allem auch die Bewegung dazwischen. Und diese Bewegungen dürfen gerne mit Kraft und trotzdem Raumgewinn verbunden sein. Also, Vinyasa-Yoga macht, zumindest so wie wir es nutzen, wir hetzen nicht durch die Stunden durch, wir geben immer wieder Platz für die Position, also zeitlichen Platz, ist Vinyasa-Yoga oder harter Flow, wie wir es auch häufig nennen, eine gute Alternative, die dem Körper unglaublich entgegenkommt. Was ihnen aber zusätzlich noch fehlt oder was er zusätzlich gut gebrauchen kann, ist den Informationen, die im Körper halt auch gespeichert sind. Wir reagieren auf alles emotional und eine emotionale Reaktion ist immer eine zutiefst körperliche. Und das erzeugt mit der Zeit auch Verspannungen im Körper oder Verspannungen, die von wirklich viel zu langem Sitzen und viel zu langer körperlicher Inaktivität kommt. Diesen Bereichen Raum zu geben, das können dann noch besonders gut Yoga-Formate, wie Restorative oder teilweise auch Ying oder, ich sage mal, traditionell harter Yoga, wo man sehr, sehr lange in Positionen verweilt, zum Teil auch Hilfsmittel benutzt oder lange passiv ist. Und diese Form von Ying-Restorative, ich mache mal in Anführungszeichen Hatha-Yoga, die geben uns auch noch so einen grundlegenden Platz- und Raumgewinn an den Gelenken. Und ich glaube, dass es immer eine sehr, sehr gute Kombi ist, diese beiden Systeme, also was Dynamisches und was eher Restauratives, miteinander zu verbinden. Vielleicht noch ein kleiner Tipp oder ein kleiner Abzweiger aus der Trainingslehre. In den klassischen Trainingswissenschaften ist es wirklich so, der Körper reagiert immer nur dann, wenn wir eben einen Reiz setzen, der außer oder oberhalb der Schwelle ist, die er momentan gewohnt ist. Also auch im Yoga darf es mal anstrengend sein, auch im Yoga darf es mal zwicken. Ich rede nicht von Schmerz, sondern von raus aus der Komfortzone. Und da braucht es immer gewisse Reizabstände. Und deshalb, ich glaube, einmal die Woche kann maximal der Erhalt von etwas sein. Zweimal die Woche schafft vielleicht schon ein bisschen was Neues. Und dreimal die Woche etwas zu tun, ist für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis aus dem, was du reinsteckst an Engagement und dem, was du rausbekommst. Und deshalb würde ich es halten, zweimal die Woche Vinyasa und einmal die Woche Restaurativ. Und ich glaube, dann ist man für dreimal die Woche am besten bedient. Ich hoffe, der Post war ein bisschen hilfreich und vor allem interessant. Ja, und wenn ihr weitere Ideen und Anregungen oder Fragen habt, schreibt uns. Wir freuen uns über Ideen. Also, bis zum nächsten Mal.